Auch meine Damen und Herren, The Sixth Sense und Thomas Frühmann, Österreich. Untertitelung des ZDF, 2020 The Sixth Sense und Thomas Frühmann wissen es immer noch, die Massen zu begeistern. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich nenne sie jetzt mal liebevoll, die zwei Haudegen. Und die freuen sich bestimmt nochmal über einen super Sonderapplaus-Austreffen, meine Damen und Herren.